so teuer sind die gar nicht und äh, weil ich hatte was getestet, ich dachte, sie werden nur aussehen äh, dann habe ich die Pizza auch gelastet, weil es cool aussieht ähm, ja, du kannst damit aber so die Pizza-Karten Pizza, Pizza, Pizza deswegen, also, das wird eine richtig große Küche oder soll ich die Wohnung in den, in den Keller buddeln? Können wir auch machen Wenn du kochst, dann habe ich Angst Salmonellen-Eier Ich will, nee, ich sag das jetzt nicht Ich habe Streamer gemacht Oder da, wo habe ich so eine komische Workbench drin hat weil die passt da ja auch nicht richtig rein, weil die ja eher so von beiden Seiten ist Ja, Problem ist, ich habe jetzt nicht die Matze, um die neu zu bauen Die muss quer stehen Ja, ich habe ihm gesagt, er soll die erstmal stehen lassen und er soll die erstmal stehen lassen, bis er die nochmal crossen kann weil, wenn er die jetzt abreißt, dann hat er keine Minder Das ist ja leider hier die Mikone mit Kick-Up Das wäre geil Kick-Up Plus, ja Ja, das wäre cool Ich muss mal gucken, oder? Oder Naja, auf dem Dach ist das doof Oh Ich buddel im Keller und dann kommt die Kantine in den Keller Oder nein Oder Warte Warte Wir haben ja schon Wir haben ja Zellen schon Gucken wir Oder Oder wir bauen einen ersten Stock aus den Teilen, die du gebaut hast Da oben einfach einen Stock da drauf setzen, aber das würde wieder doofer sehen Ich schmeiß mir erstmal Kopfhörer rein Ey, drei Jahre später bin ich auch irgendwann mal im Spiel Ich bin auch schon am probieren Ich kann mal probieren, das dauert ja mal oder Ich kann mal probieren, das dauert ja mal oder Sag mal was Sag mal was Was? Okay Ich hab nur Wur verstanden, aber Alles gut Drieschi, Nisi, Midikin, Dries Verzeihung, unsere Munition Schatzi meinte, dass ein Blutmond bald ist Morgen Ja Ja Ich versuche jetzt noch So viel wie möglich NPCs zu platzieren Ich hab keine Lust jetzt hier nachher eine halbe Stunde durch die Gegend zu fahren mit dem Auto Ähm Ich überlege, ob ich jetzt mir die Cloning-Maschine für die Tiere hole, weil Also für die Kuh Weil ich brauch ja Wildbrett für Menschenklone Ich weiß nicht, ob die Kühe das auch geben Die geben glaube ich Lenden Ich weiß nicht, ich glaube nicht, aber es steht ja auch überall so nur Kriecher hier rum Aber wenn ich dasselbe brauche für die Kühe wie für die Menschen bringt das ja nichts Ja, dann muss ich halt jagen gehen Ja, kannst du auch, es laufen hier genug Tiere rum überall Ja Ich bin ja auch Jäger Jäger und Sammler Also, dann will ich einen Keller, weil ihr wollt ja die ganzen Sachen oben haben, ne? Oder was ist denn hier? Hier ist doch eine Küche Kann ich das nicht nehmen? Ja Mach ich da drüben Ja Da dachte ich ja auch Bei Irma ist ja sein Ding hier raus Ihr könnt da alles zubauen, was ihr wollt, mir scheiße jahre Ja, das hier nimmst du nachher weg, nehm ich mal an diesen Chemietisch hier, ja? Der muss ja irgendwo mal nach oben dann, wenn wir auch wieder Mats haben Ja, du kannst ja ein cooles Alchemie-Labor irgendwie einrichten später Kann auch meine Mine irgendwas reinbauen, aber das muss man halt sehen Vielleicht fülle ich auch den Schach wieder auf irgendwann Und baue den Also, das mit den Tieren Erst Später Erstmal müssen wir unsere Base haben Und äh Die Muni, dass das alles hinhaut Und dann können wir uns das überlegen Wer ist hässlich? Wer ist hässlich? Wer ist hässlich? Wer schickt da oben drauf steht Der ist voll geil Der hat doch einen krassen Bart, Mann Hast du die Aldi, die draußen auf der Wiese steht? Aber wenigstens hat so große Möpse Das ist wichtig Das ist sehr wichtig Das ist sehr wichtig Was knallt denn da so? Achso Wie wollt ihr jetzt mit euren Autos hier nachher wieder raus? Die Bonne, ähm, Hängerbrücke Ach, steht da, okay Ach, steht da, okay Ähm Dann Ich guck mal nach meinem Essen 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 Das war's. der autos hilft sein was wollen sie das für eine außenbereich noch ein bisschen erweitern klar gut ich gehe den mauer jagen bzw was habe ich denn überhaupt human dna messbecher haben wir ja noch ich kann sogar noch eines bauen an den instruktoren habe ich hier noch holz cool kann ich ja wild weiter klonen cool 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 wildbreit welches waren die naschtruhe einkommens im linken raum gleich wieder links ah, ja, ja, danke wird brät Die Sachen, die erstmal zum Craften, die Knapphorn und sowas, sodass ich erstmal die ganzen Sachen vermehre. Warte ich hier eigentlich, ich kann doch schon mal hin, herstellen hier. Was ich jetzt, da? ! ? 1 ? Was ist das? Das war's für heute. Das war's. Das war's. Ja, dann schauen wir mal. Mach mal, ich willst doch noch einen Roller haben irgendwo. Du sprachst dich gar nicht. Mensch, wie komme ich denn die Treppe runter? Ja. Jetzt. Tulak. Warum denn? Durch den Roller hier nochmal. Warum? Okay. Sofern wir in der Kiste hier noch ein paar. Ja. Keine Ahnung. Ich glaube, drei Stück waren da. Einen hatte ich mir rausgenommen. Roller verkaufe ich nicht. Die sind so gut. Ich geh jetzt in den Wald mit meinem Roller. Tiere jagen. Oh, ein Händler war ein Bär. Ich weiß auch nicht, ob es ein Zombie-Bär war oder ein Maler. ... Hhm. ... Das war ein bisschen viel, aber ... ja, leider ... ... mit dem Reh. Soll ich die irgendwann mal alle verlegen in Sachen? Kannst du machen, ja. Was wird zu viel haben. Die kämpft zurück. Okay. Schneebium wollte ich eigentlich nicht. Oh, das ist ein Hirsch. Ja, ja. Alter, ich stehe daneben, ja. Genau davor, ich treffe dich einmal. Ich habe ihn links und rechts alle Ohren vorbeischossen. Also habe ich ihm die Fresse weggeschossen und er beschwert sich. Ich bin geil. Ich steppe hier. Das hier. Das ist ein Dungeon oder was? Hier sind Farben, okay. Ich fahr wie Besamener. Du bist hungrig. Wie kannst du die nutzen, wenn irgendwo ein abgeschlossenes Auto steht? Ich hatte letztens einen Motorrad. Würde ich den mal mitnehmen und das mal probieren? Ja. Motorrad. Ja. Dann hat die ein abgeschlossenes Auto gefunden. Guck mal, ist hier noch irgendwo ein Roller? Oder hat er den jetzt? Das ist ja in der Kiste mal drin. Wohl nicht. Wohl nicht. Ach nee, ich bin gestorben. Wenigstens weiß ich, wo das Motorrad steht. Da steht der Roller noch. Da wird mir auf der Karte auch noch angezeigt. Was habt ihr Angst oder bread? Es geht zusammen. D Fels. oh das ist eine kuh pet kauf ich kriege drauf anderes fleisch wenn ich menschen umbringe und die zahacke kriegt dann vielleicht fleisch ich bin lieb ich mache es nicht erschossen so man kann menschen nicht heute wir sind räuber oder mörder mit messer okay kommen wir hier human whisperer beta knif wie sieht der aus mit einer maske auf läuft irgendwas lang ich weiß es selber müssen was du eigentlich auch geben die jetzt gedroppt ooooh cool ich komme mal wieder zurück ich habe ein bisschen was gefunden kann ich das für zweimal herstellen? ja reicht sogar fast für dreimal das ist ein Bär, du hast recht eine Spinne ich pullen mal scheiße ich bin in den Kram gefallen dafür ist der Bär tot wie kann ich ihn wieder aufheben oh, hab hm komm wieder raus so das ist ein riesen Vieh ja, der Bär gibt das auch alter, das ist viel das gibt das nicht zu rund also, so ein Bär na klar oh ich bin bestimmt tot leck achso, Gruppe ich habe euch eingeladen ähm ähm ich habe Gart Pumpkin Man was ist denn ein Pumpkin Man? ne, das hat irgendwie nicht geklappt also, ich könnte das nur knacken mit Dietrichen, das Motorrad ähm guck mir den Mert die Frage ist die Frage ist ist ein Pumpkin Man Nahkampf oder ist der Fernkampf? ja ähm irgendwie irgendwie ja so äh ich habe mal die Motorrad Markierung geteilt äh das wie gesagt das kannst du aufschießen das Ding aber ich kann ja nicht den Schlüssel testen leider oh, ich bin ein Pferdchen ne, ein Zebra also, du kannst nichts gegen meine Cloning Skills sagen ja, wenn das ein Klon von dir ist würde ich mir einen Dank machen naja ja das hat was von Rick and Morty irgendwie oder vielleicht mal können wir das ja nochmal nach dem Blutboden probieren weil jetzt ist Nacht gewesen da waren Insekten und Zombies und eigentlich alles ja oh ne, er läuft aber in die das ist mein klo fast tot weil er sind die gelaufen und der wird sterben jetzt der wird dann Ich habe einen gebrochenen Arm, warum kann ich das nicht verwenden? Stau. Ihr seid scheiße. Naja, ebenfalls haben wir jetzt einen Pumpkin-Man. Der reckt sich auch irgendwie, ne? Also in irgendeiner Art und Weise. Die werden alle einen bestimmten Life-Reck haben. Wäre doch mal völlig blöd. Ich finde es schade, dass man die umstellen kann, weil die unten mit der Armbrust... Aber gut. Ich werde genug nachbauen. Ich werde die oben auf den Gang nachstellen, alle Mann. Also in einer Tour. Holze und Eisen? Richtig krank hier, Jan. Holz. Aber Eisen sehe ich jetzt keins. Alles weg? Holz? Warte mal, Holz willst du holen? Holz haben wir aber Eisen bräuchte. Normales? Ja, dieser Eisenschnippel hier. Achso, das blaue. Ja, also nicht das Rohreisen, was geschmelzen muss. Sondern das andere. Die Bahnen? Nein. Werbmesser? Ja, die Werb halt. Hier liegt noch 86 drin. Das ist zu wenig. Braucht 250, glaube ich. Oh. Ich kann dir was holen, aber ich warte mal bis Tag ist. Braucht eine ganze Menge. Ich kann dir mit einer Spitzhacke, kann ich dir in 2 Minuten 12.000 abkommen. Ja. Also in Sachen Ernste mach ich keine Scherze. Hehehehe. Hehehehe. Boah. Alter. Boah, dann kann ich ja jetzt so Holz abhacken gehen. Ich brauche noch eine Menge Holz drauf. Die hat Munition. Was? Der ist noch beim Craften. Wir haben genug, ich könnte jetzt was bauen. Eine Schrotflinte bräuchte ich. Haben wir keine Sch... Ich hab gar keine... Ich guck mal, ich guck mal, ich hab's nicht mal geguckt. Ich hab... Oh, ja, doch. Ja, doch. Ja, doch. Ich finde diese, diese... hier... Weltkriegswaffe finde ich so geil. Die M1 Garant. 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 Ich weiß nicht, was macht das denn am besten von der Muni her? Na, ich hab Schrotflinte, die reicht mir eigentlich. Ich hab den Cold, der macht 53 Fernkampfschaden. Na, du kannst die Magnemunition hier von mir aus. Ja. Ich hab hier noch ein bisschen... Rot. Ich mein, hier ist noch ein... Magnum. SR25, das macht 67 Schaden. Aber es steht halt leider nicht bei, welche Muni. Kannst du, wenn du drauf gehst, hast du unten dieses T mit dem Menschen, dieses... Wenn du da drauf drückst, steht's da, was man braucht. Neun Millimeter. Magnum. Kannst du mir auch schon einen Millimeter Magnum haben. Mir reicht Schrot. Denn... Wieviel Schrot hast du jetzt, habe ich? 258. Na, dann muss ich den Cold nehmen, der macht mehr damit. Warte, ich hab jetzt... Jetzt hab ich 200... Also fast 300. Gut. Ich nehm dann Magnum Munition. Wie viel haben wir ihn hier drinnen? Nicht viel. 28. Hahaha. Mehr nicht? Nein. Bau Magnum. Ich müsste mal diese Kacklesbrachen kriegen. Viele. Währenddorf, die ist da. 33. 4. 5. 6. 6. 5. Musik Ich hab ja noch Pfeile Aber so ein Halsbogen halt Aber so Compoundbogen wäre cool Da haben wir schon einen Nee 22, 24, 24 Macht der 33 Ich glaube unser Pumpkinman der wird irgendwann verschwinden Wenn Emily zum bisschen hinterher läuft Oh ja, der ist ja schon auf dem Weg ins nächste Haus Wenn er da bleibt, dann geht das ja Wenn das hier losgeht, dann wird's eh wild Da siehst du den Pumpkinman mit dem Vorfeld wegfahren Der brennt denn, wie bei Ghost Rider Guck mal, wie sieht denn das aus? Ich bin das Alter, was ist das für eine Waffe? Das ist eine Sense Boah, was Aber die ist halt einfach Aus dem Farm-Mod halt Also es ist nichts zum Kämpfen hier Ich bin doch kein Megasort Leg mal an, bitte Können wir es mal sehen Gut nie Geil Ich weiß gar nicht, wie groß die ist Ich wollte mal gucken, ob man, wenn man Ob das jetzt einfach, ob du vielleicht einen Bonus kriegst, wenn du damit was erntest Weißt du? In der Beschreibung steht für mich nichts Aua Ich hab alles schon abbeerntet Schade Ich hab alles schon abbeerntet ich könnte jetzt noch neun klone herstellen alter meine davon werden bestimmt einige kaputt gehen aber interessant für den blutmond irgendwann haben wir eine armee wenn du mehr NPCs hast als Zombies die kommen ich finde die Fernkampfdinger am besten weil die rennen nicht weg irgendwann habe ich so eine riesige Halle mit 100 Cloning-Maschinen und dann kommen die ganzen das habe ich im Internet schon gesehen bei einigen die das getestet haben ja die haben so richtig so eine so links und rechts dann so einen Gang halt ich komme dann mit mit den Klontruppen das wäre sehr geil wenn das hier als Skin geben würde ein Klon-Soldat man die haben hier X-Bang-Fighter das wäre halt geil wenn sie einen Klontruppen hätten mit Laser-Waffen ey das wäre saugeil ja du musst ja auch kritten können ja du kannst ja auch in die Scheiße greifen wahrscheinlich mit NPCs also es wäre halt geil wenn du Glück hast halt so einen Typen mit einer Laser-Kanone hast guck mal her hier haben ganz mal deine Bäume wieder geil wer schwarzenegger von Terminator 3 mit dem Sarg auf dem Rücken mit der Minigun was soll ich machen? zu den Bäumen kommen ach die Holzbäume ich dachte du bist bei denen nee nicht die Metallbäume habe ich in diesem Haushalt verschiebt man kein Sarkasmus-Zielige das ist verboten verboten bewege dich jetzt hierher ich bin noch dabei ich musste nur meinen Klon streicheln mein Klon streicheln warum nimmst du eigentlich die Axt? was? was? noch das hier kannst du auch gut an der Bande hier kann oder du pflanzt an eigentlich muss ich nicht fangen ich werde das immer in den Bungen haben müssen ich krieg glaub ich mehr als ich bereit ich krieg zwei pro Bande und hör mir das Ich hab's ja mal miteinander entweder in die Futter holen, wenn sie sich anbetteln. Da kettelt sich meine Ohren bluten. Oh, lau, du. So, abgeben wir jetzt nicht mehr, was wir da haben. Ich habe gesagt, du hörst dich immer an, als wenn da Enten zum Futterbetteln. Futterbetteln? Ja, so hört sich das an, hier sind die Samen. Als wenn du da irgendwas sägst, so hört sich das an, als wenn sich da irgendwelche Enten dann pflanze ich mal die Bäumchen. Schau mal, das Holz erstmal. 6000 Blätter. Ich glaube dein Zombie hängt da irgendwie, dein Minion hängt da irgendwie fest? Nein, der ähm... Danzt da ab, einfach nur? Faule Sau. Naja, wie der Herr so das Gefähr. Das ist halt ein Klon von ihm. Ja. Daher. Wie könnt ihr es wagen, meine Kinder zu beleidigen? Leid ihnen ja nicht deine Kinder, sondern dich. Das ist ja noch schlimmer. Wer tanzt für unsere Unterhaltung, da das darfst du nicht unterschätzen... Na Zambia Bokalypse brauchst du, Entertainment. Was qualmt denn hier auf der Dach? Was qualmt? Es sah aus, als wenn hier irgendwo, bei uns irgendwo ein Uf läuft oder so. Also, so qualmt. Wow, das ist eine Störung. Ohhhh, das ist eine Störung. Das hat irgendwie klar, aber nichts mehr Aussehen. Aber wir sehen uns aber wieder, wenn die Störung die Verwahnung ist oder nicht ein Suspannen. Das ist das, was wir jetzt hier auf der Dach? Also, das ist das, was wir jetzt hier. Das war's, was wir hier noch. Was wir dort noch hinten? Was wir jetzt hier? Ja, das war's. Ist das Möchner? so aber wir sind gepflanzt das wird böse aussehen glaube ich aber wir brauchen der holz da komme ich da jetzt rüber ist aber gut die bautierige haben wir noch steiger rüstung ja welche meinst du meinst du die für beton ja ja hier habe ich meine hau blaue hier liegen sie ich habe auch glaube ich noch beton hier einer beton hat sehr gut eine kreatur ist ich werde ihn platzieren nehmen das ist der gegen alter bergmann ja der rote augen ich glaube wenn du den platz blockiert der sequenz wirklich auch wie es war das ist das ist vom alchimiet her will glaube ich da ist doch so unsere agenten das berg ist meine tunel hier zugebaut ist das glaube ich habe zugemauert ich kann ja zur not einen wenn man auch zu kriegen kann ich denn ja aber die sind ja eigentlich wie npc wie wie richtige spieler stell dir das mal vor alter jetzt haben wir schon vier leute mehr also wie versteht hier oben die männliche elite der kürbismann der ist so geil und wieder auch an die rand kommt es gibt bestimmt noch scharfschützen später ich höre ein zombie das ist ja jetzt witzig wo soll der sein schatz du müsstest du noch die gruppeneinladung annehmen ach so warte ja habe ich nicht daran gedacht ich denke da auch mal dran nö ich finde das auch wie blöd das ruhig das nicht merkt ich glaube die sind rechts na ich höre wie goldzapper erlaut wird das war ich das war ich wollen wir jetzt sagen uns um das bergwerk hier haben die letzten solche burte zu ließ ich habe es aber alles mit beton aufgefüllt theoretisch naja aber wenn der pumpkin man jetzt rinnen rennt in den kram verrückter in den spießen nicht sein nicht sein denn ceu Na Oh, shit, little baby, don't say a word. Oh, shit, little baby, don't say something is gonna buy you a diamond. Oh, shit, little baby. 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 Oh, schau! Häh! 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 Und wenn der nicht kein Gehirbe ist, Ich gehe nicht mehr! Ich gehe nicht mehr! Ja! oh ja 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 Sehr lang, viel lang. Oh, ein Lübchen! Kann! Oh, läuft nicht! Oh, ja. Hinten lang. Ah, shit. Ich bin runtergefallen. Wieder mal. Hast ein Talent? Bring da hin, ey. Was ist da rum? Da ist ein Rucksack. Oh, ja. Und da hinten rechts. Hier rum. Und dann da geradezu. Oh. Guck mal, hier ist auch ein Leiter, hier geht's weiter. Lampen kannst du mitnehmen, übrigens die roten. Ach, stopp. Ich jetzt nicht mehr. Bist du? Mhm. Ach, scheiße, ich muss da auch... Da sind Airconditioner. Ich werde nicht mehr lösen. Wie geht's đây? Ich werde nicht mehr lösen. Ich werde nicht mehr lösen. Aber wel. Ich werde nicht mehr lösen. Oh, ja. CUZE, CZE. Das war's. Also die grünen Latten hier abbauen, die geben Blei, äh, go, I'm missing. Ist erstmal viel mehr frei gehabt. Das ist noch unvermacht. Oh, da muss diese Leitersprengungen gehen. Hast du das auch gut? Nee, unten die grünen Lampen. Kannst abbauen. Okay. Aber hier oben gibt es auch Zimmeranlagen drauf. Was bringen die? Äh, mechanische Teile roh ich. Oh. Brauchst du auch für die Cloning Chambers. Aber, ne. Ja, ich weiß. Kannst dir halt leider nicht packen. Nee, ich mein, ach so. Die Lampen hab ich gemeint. Oh, 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 oh. Der Spitzsack in den Arsch gehackt, alter. Hast du ne Hand? Pankillers? 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 Ach so. Ne, weil du grad noch so eine alte Hülle dran kleben hast. So. Ich denk mal ein bisschen, wenn die Zombie fertig sind. Äh, das wird klonen. So. Irgendwann seh ich mich schon da runterfallen. Ja, auf jeden Fall. Aber Thiele geguckt. Echt gut geworden. Echt gut geworden. Da, kann man da was machen? Der ist verbraucht. Der ist verbraucht. Nein. Der schimmelt. Habe ich nur noch eine DNA? Really? Really? Plastik. Ah, ne, hier sind noch welche. Noch vier Stück. Ich hab schon gedacht. Ja, manchmal schlagen die halt fehl. Ich hab irgendwo Klassen, Alter. Oh, Holz. Ich glaub, man riert viel. Ja, ich muss gucken. Reichen dir 4.000? Ja, das... Ja. Gerade so. Geil. Geil. Ja. Geil. Reichen wir denn eher... Äh... Den Parkplatz da machen, wo die Mine ist, oder auf der anderen Seite, Harvey? Äh... Mach bei der Mine, oder? Dann könnte man nämlich auf der anderen Seite Felder anbauen. Könnte man. also mir ist es egal das könnt ihr entscheiden oder du oder wie auch immer kommt ihr denn da hoch vorne oder zur seite der zugbrücke dass man reinfahren können der sache nach vorne das ist die straße naja ja dann könntest du da auch hinbeten als erstes oh ich werde gucken naja hast du ja nicht ein ding für uns schatz hier hast du nicht um den betonwerk zu machen gehe ich eins weiter und es gibt noch airdrops naja ist das aber kacke naja die werden glaube ich erst mit der zeit besser aber ich habe das letzte mal überhaupt da hinten ist einer ich meine ich könnte mich darum kümmern weil ich nehme mal ne rolle hier ich warte eh nur auf meine klone die bleiben noch liegen oder ich gehe nur kurz auf die toilette also ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 haben wir noch sandowow ich bin ja ich könnte erfahren aber ich müsste eine miene die ja nicht mehr existieren doch die gibt es ja noch eine hinwände drei drop weg von meinem ist tot seine scheiße ich habe Spaß gefunden wer war da auf Stuttgart, oder? ich habe ihn im Flug getroffen da war der 6er ich glaube die andere ist besser die Ene schiebt schon den Beutensack vor sich hin da z z z z ja 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 Da bin ich nachher so in die Band sehen, aber... Ah, das ist keine Fanate, habe ich auch da vor allem du kranke sau du hast die blindige zogen in der hand behalten die sind in der luft explodiert das ist ein cooles Leben im abendet und der ist auf die Hohen geflohen geil den Sprengang hast du aufgehoben zu werden und der andere irgendwie defekt oh die machen den Grabenröter, geil kann man zurückziehen hier hinten hin, obwohl nicht, sterben noch unsere Dudes das führt der Gang in Einsatz und ist es vorbei, na toll er flippe, das hat doch alles so geklappt, ist da unten und werfen die und werfen die und werfen die ich hab mal kampfmusik leute wir haben es einfach mal geschafft wir haben den vierten mutmund einfach mal krass überlebt nur drei unserer stolzen soldaten sind gefallen der brennende tanzende kürbisman mit seiner art und weise uns aufzumuntern der bärtige typ dessen bart so lang war wie manche leute lang sind also der kürbisman tut wirklich weh und tittenbraut die da vorne stand weil ich nicht wusste was ein turit fox ding ist vor allem dass er da noch liegt ist halt so traurig die ganzen beutel ne hacke warte muss doch geben das ist wieder der gärtnertisch glaub ich ne sense warte mal ne wo war das wenn wir zur schmiede gehen jetzt ist wieder das ding der ist auch wieder daneben gegangen was ist denn gerade los all meine kreaturen schlagen fehl ich würde auf die agd gehen wie sagt sand habe ich wie gesagt biene ja ich mache ich komme jetzt nochmal schnell gegen maries werkzeug ne muss ich an der werkbank bauen werkzeuge und fallen oder war das ne ne schaufel ne ne und mal stahl ist jetzt auch nicht warum der schießt da draußen ne auch nur ein bürger die die krass krass ist da immer noch irgendwas hab ich jetzt ne ganz vorne gepanzerte hunde stielige hilf man kann übrigens auch so klone kriegen ja sonst zwerg auf einem brennenden skelettschwein und sowas also du kannst richtig kranke sachen rauskriegen aber hat man ja bei dem bei dem tanzenden kürbis gesehen axt schwingenden barbaren und sowas meine ich favorisiere ja die schießwütigen typen aber die nicht alle so wild aus ich glaube ich habe noch eine kettensäge ich habe kein benzin das nächste märme möglich nicht nur weil du das brauchst fing abbauen ja du bist raus ich dachte entschuldigung ich dachte du hast das gemerkt der sagt bei marie 7 days fünf gigabyte ram und trotzdem 285 auslöstungen das geht ja gar nicht da ist doch irgendwas böses im busch bin ich hier 28 wo kann ich denn hier meine mine bauen ihr wollt ihr eure bäume ihr wollt eure bäume hier hinten ein ich muss ja meinen schacht treffen oder ich baue den noch mal kaputt kaputt und ja warte ich mache ihn einfach noch mal auf und machen erst mal auf der anderen seite einen neuen ausgang und da mache ich wieder zu ich habe nur zerstörten steine genommen um die zuzubauen das müsste ja eigentlich schnell kaputt gehen da müssen wir vielleicht irgendwelche hübschen steinchen farften hübsche steinchen naja als boden hier dass ich so eine art park machen kann weißt du ich habe leider nur nur müllsteine steinplatten blöcke bauen blöcke und Das ist gut. Schacht wieder freigebuddelt. Kannst du mir vielleicht mal so einen Reparaturhammer holen? Müssen wir nach Welsen nehmen. Ich bin jetzt in meiner Mine. Ich finde die Maussteuerung mit den Fahrzeugen so behindert. Warum sind die von Standard immer drin? Warum? Damit du dich aufbringen kannst. Na. Glaube ich auch. Wo bin ich denn, wenn ich jetzt hier vorne bauen würde? Hier bin ich ja schon weiter raus. Dann wäre ich unter dem... Ist das die Baustelle? Würde ich bei der Baustelle irgendwo rauskommen, glaube ich. Oder hinter der Baustelle. Das würde doch auch gehen. Obwohl... Das wird besser. Das wird näher. Das wird geil, wenn der Eingang genau da ist, wo Nitrat, Öl, Schiefer und ich glaube Eisen war ja auch ein Blei. Eine komplette, mit allen Sachen. Oder wäre. Ich müsste theoretisch genau daraus kommen, wo die andere Wiese nebenan wieder anfängt. Wir werden mal hin. Wir werden mal hin. Mal. Das wird es gut. Das ist das, was du in der Baustelle. Das wird gut. Die Baustelle. Genau. Herr. Ach. Na. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist mir gut, wenn ich die schon höre oben. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich glaube, ich komme genau in dem Gebäude raus. Das war's für heute. 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 Alter, ich kann nicht buddeln. Das Ganze ist gelten von mir. Jeder Klick ist ein Loch. Das war's für heute. Ich bin wirklich unter dem Gebäude. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Da, ich bin. Da, ich bin ja. Genau, mach den Scheiß kaputt da. Was passiert da? Da ist die Polizei. Wir zerstören jetzt alles, was du gebaut hast, weil es einfach scheiße ist. Was zerstören die? Wir zerstören jetzt alles, was du gebaut hast, weil es einfach scheiße ist. Hä? Okay. Ich weiß ja, dass es nicht wahr ist, also ist mir das egal. Alles, was ich baue, ist einfach Fabelhaar. Ich bin mitten in der Baustelle, Alter, mit mir in die Mine. Hat aber was. Ich könnte das ganze Ding zum Einsturz bringen. Soll ich? Welches Ding? Die... Dann nehmen wir uns, oder was? Ja, wo ich stehe hier, die Baustelle, könnte ich wegrobben. Muss ich aber nicht. So, wie du willst. Weil, da kommt die Mine raus, aber... Eigentlich ist das ein Loot weniger, dann ja. Ja, als ob man da looten gehen würde. Okay. Also eine Baustelle hat jetzt nicht gerade viel. Gut. Gut. Ich hab da jetzt eh Bock drauf. Oh, es fängt an. Nee, noch nicht. Jetzt... Wissen die Betonblöcke an den Asphalt hier an? Nee, noch. Nee. Nee. Ich find das geil, wie das einfach nicht haltbar ist, wenn die Pfeiler abreißen. Nee. 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 Wo hast denn du das Fleisch hingelegt, Schatzi, für die, was du da raus hattest? Von deinem Ziel schwingen. Das habe ich mir im Momentar. Warum? Alles Fleisch oder verrottet? Verrottet, aber ich habe schon. Ich habe den ganzen Schwung da oben in der Kiste. Ich hoffe, dass ich ihn nicht erschlagen werde, Alter. Wo sind wir jetzt noch? Oh, jetzt geht's los. Oh, jetzt geht's los. Eieieiei. Alter Scheiße, ich muss weg hier. Aber auch nur die eine Hälfte. Jaja, das ist immer nach und nach. Aber irgendwann hast du denn so einen Punkt erreicht, dass du eine Kettenreaktion nennst. Weiß, warte kurz, ich bin gerade am... Ich weiß nicht, warten. Warten? Und warum? Was? Weil ich das sehen will. Ich buddel ja nebenbei. Ich sehe das von hier aus dann immer. Ich fahre schon mal alles an, dass es schnell geht. Cool. Mal kommst du noch auf dem Steuer? Schweig auf einmal weg? Mal kommst du schon. Die Blöcke, die rollen. Alter. Da oben ist was explodiert. Da sind Kisten. Mit Zement. Oh, ich muss hier ausweichen. Das ist übrigens brutal. Ich glaube, meine Mine ist wieder eine Sturz. Nee, ja, es geht. Soll ich weitermachen oder soll ich die Hälfte sich stehen lassen? Mach weiter. Ich stehe hier jetzt extra und warte. Okay. Du kannst doch jetzt nicht mittendrin aufholen, wenn du angefangen hast. Auf allem kannst du schön Metall abbauen jetzt. Die Stahlträger die auf dem Boden liegen, die geben ein gutes Metall. Ich weiß, ich habe das aber voll Lust. Ich mache das mal. Du hast den Helm auf. Du weißt schon, Arbeitsschutz und so? Reicht, wenn der Chef vorbeikommt, dann kannst du den Helm aufsetzen. Warum wird denn das jetzt so dunkel? Was ist denn los? Licht aus. Ja, knackt das schon. Den Kran kann ich ohne abbreiten. Das wird auch geil. Ich sollte hier weggehen, Alter. What the fuck? Ich habe das nicht, wenn ein Zombie runtergefallen wurde. Ich habe das nicht, wenn ein Zombie runtergefallen wurde. Der Zombie wurde immer herrlich, glaube ich. Nie erlebt man. Oh fuck. Warum schießt du auf die? Weil wir ja schlagen wurden. Jetzt komme ich an die Handtasche ran. Es ist nicht drin. Endlich kommt der Schandfleck in der Nachbarschaft hier weg. Ja. Könnte mir das schon noch nicht mehr mit ansehen. Das wird mein neues Bergwerk her. Ich brauche den Schacht nach. Das Gebäude. Ja. Ja. Ja, da fliegen wieder die Fetts. Oh fuck. Was? Da kommen wir aus ihren Pausen raus. Die Arbeiter kommen aus ihren Pausen raus. Die habt ihr jetzt erst gemerkt. Ja. Wie war ich auch in der Arbeit? Ja. Na, die Arbeiter haben da schon die ganze Zeit gesehen, aber der Chef nicht. Und dann haben sie so richtig ist. Ist ja der Chef gesagt, Alter, geht mal da hin. Da ist einer, der macht ja so eine Arbeit kaputt. Alter, die Explosionen da oben. Da kommt die Werkschaft. Oha. Dann gehe ich mal weiter buddeln. Coolen Eisenhänden. Nicht gelohnt auf jeden Fall. Der Rest mag jetzt auch noch kaputt. Jetzt ist das Diei abgefallen. Nur die Buchstaben. Okay. Steht da eine Madele rauf. Wer schon wieder da rufu hier. wie die blöcke hier rumfliegen das ist so geil soll ein tauch steht noch was ist das so durch den kran stehen lassen kann ich eigentlich markiert ein schaft das ist gelb ja das sieht so krank aus jetzt das ist wie eine müllhalde aber überlegt stahl rum jetzt hier also metall ich kann nicht das was er baut noch kaputt machen obwohl ach komm und dass man meinen eingang vom schachfehler finden hier die metall die stahlträger sind und der müll sind bis in die schacht runtergefallen und haben sich unten abgelagert so eine sauerei das in meinem bergwerk da muss jetzt aber das für ein knick hier in jeder knick in den boden her der ist hier ja jetzt müssen wir es jetzt geht es jetzt geht es jetzt geht es jetzt geht es Das war's für heute. 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 Ohne jetzt großartig. Das war's für heute. 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 Heureka. Das war's für heute. Und mit der... Und mit der anderen Schaufel nicht? Das war's für heute. 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 ne dann wird er doch auch erfrischt gleich dunkel dann ist er nicht der Weber weg was ist denn das hier hier ist eine Leichenbube was ist das denn hier ist eine unterirdische was ist das was ist ein Grab sein oder was ja da will ich einmal Sand für den Tulak Farm und ich finde hier irgendwas Krankes Animal Zombie Bear spawnt auf einmal während ich da in den Loch rinspringe ich habe mich so schnell wieder rausgebracht der 2000 live der Wichser wo rennt der hin wo rennt der hin wo weiß der da wo du nicht hinkommst wahrscheinlich da wo er rauskommt ich habe irgendwie ein ganz schlechtes Gefühl hier bei der Sache und da kommt er aus dem Haus da raus oh man der Bär wird kommen und er glaubt mich töten war schön mit dir trotzdem werde ich weiter Sand buddeln mein Zielicke bin so stolz das werde ich aber highlighten die Szene das war gut also bis jetzt habe ich 1700 Sand muss mehr werden unter 10.000 kann ich nicht nach Hause mein Typen ist warm und der hat Hunger was was das war die da steht er noch der wehr ich kann ja mal raus ja 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 was macht er denn da der bär und warten dass du wieder runter kommt macht er wirklich wie dukt man sich vielleicht einer mit herkommen wohin ja können gleich geben denn vorab ich bin da hier rin da kommt gleich ein bär ja habe ich den kirschler ich habe mich nur gewundert beim sand buddeln nehme ich war so ein loch breit wo ich den guck von den die höhle ist und erst wo ich habe ich sind diese baustellen dass immer diese höhle und dann sport am ende hier ja erst wo ich unten war sport wenn man der bär von meiner nase habe ich mich schnell wieder rausgebuddelt danke ach so ich müsste mal nach meinem oder will immer mal gucken was wir für ein klone haben muss ihnen neuen nachlegen ich mache halt wird er am park hier das wird hier das sind der sämtliche park das wird hier ich werde nicht in der whatsapp bekriegt das wird nicht in der whatsapp gekriegt Untertitelung des ZDF, 2020 es ist wieder ein geschütztyp turit guard leader also in den anführer das klingt heftig kranke sau kranke sau der hat der hat ist das scharf jetzt ist ein m60 alter das ist ja k kane der hat so eine geile schulterrüstung denke mal der ist von den guards am besten drauf der hat hinter sich auf jeden fall ist das der platz für die bärtigen wahrscheinlich ja ich muss nur lange kochen lassen da drin kommt heraus oder so vergangen was das denn hier banana ja du kannst mir die ganzen früchten mich später kochen ich hoffe ja nur dass die die zombies die in ruhe lassen ich will da eigentlich einen großen zaun rumbauen dass wir halt drum herum laufen müssen hat auch den vorteil dass sie dann halt nicht einmal quer über die wiese kommen sondern wir laufen halt drumherum das ist ein roboter und seitlich nur noch ja genau das heißt sie kommen dann nur noch von links und rechts und nicht mehr hier quer über die wiese schießt der da ist das ist meine dudes das ist ein roboter na warte mächtige immer diese darstipps stopp stopp niemals kaputt bedarf nur einer automatischen schrotflinte das ist eine einzige schwachstelle für diese automatischen schrotflinten jedes mal wir an dings denken hier wo waren das bei tett mit den bären hier wo die am anfang gesagt haben es gibt nichts was stärker ist als die der wunsch eines kindes außer einer patsche kampfkollegen helikopter der hat ziel zu raketen und gatlings der ist saugeil oder so der film war generell übelst geil mit flash gormen wo vielleicht wo der originale flash gormen kommt wer will mit mir denn einziehen und der ist der komische nachbar ming wada wada ming totem ming wurde übrigens geflasht als ich gehört habe dass der könig von dem also von konan von dem film der alte da wo sie antanzen wo sie rubine kriegen und ihre tochter da retten dass der ming ist ja und man sieht sie übelst und man weiß halt ist halt älter weil man glaubts kaum dass vielleicht koron älter als konan ist aber ja mh das ist überhaupt ein fabel er ist doch bei ja sauber 7 genau dasselbe der alte knacker zu beginn ist auch der ming schauspieler mit keiloschment zu beginn wo die da na wo der film anfängt wo er mit dem alten sack da redet ist ja ich sag mal mal ming lebt noch schauspieler ich glaub schon ja wie heißt denn der jetzt muss ich googlen der war damals schon alt ja das immer er kam schon alt auf die welt ja ming dynastien ja gut wenn ich nur ming angebe komm ich nicht drauf warte mal ming schauspieler ja gut da kommen ein haufen asiaten mhm das ist kein Asiate ich weiß ich hab ming schauspieler eingegeben natürlich kommen dann nur oh da ist er Max von Sydow ja du musst ja gucken ganz viele Reisbauern in der Mitte das Spaß beant spielt bei dem Typen alter Max von Sydow Sydow der lebt wirklich noch also so wie er aussieht nicht mehr lange aber wie alt ist er denn geboren 29 der ist so alt wie meine Oma die ist 94 glaube ich ja er auch crazy krass meine Oma ist ja eigentlich auch noch ganz fit ja für 94 jeden Fall aber also die kriegt ja geistig ohne alles mit eigentlich hören ist ein bisschen schwer aber mit 94 darf man schon mal schlecht hören ja ich versteh sie so nicht sie hört halt doch ziemlich schlecht aber Hörräte kriegt sie auch nicht weißt du ich will sie nicht oder was ich will sie nicht kann ich mir eigentlich nicht vorstellen ich will sie mal rein weil sie hat ja auch schon seit keine Ahnung seit ich denken kann hat sie schon die Bucke gehabt also das ist eher mal witzig dann schauen sie ja mal so übelst lautes bei ihr ja und weil sie nicht hört oder also weil sie halt schlecht hört ja wie gesagt sie hat keine Hörgeräte mhm mhm na gut der Opa hat Hörgeräte und da ja die sind falsch eingestellt das ist tatsächlich ne Einstellungsdache bei ihm aber der hat ja auch schon seit er 30 ist ja die sind falsch eingestellt ich find's immer geil dass er immer nickt wenn du ihm was fragst und ja sagst und du eigentlich gar nicht verstanden hast was du gesagt hast und wiederholst du was du gesagt hast ach sooo nö ha 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 so 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 Helmut waren jetzt eigentlich beide Bäume am Arsch oder nur der eine Oma? wo umgepflanzt haben bei ihm hat sich der eine schwarze hat sich der eine schwarze hat sich der eine schwarze äh er hat sich schon neun zufamm geholt also ja da sag ich auch nichts zu nö was willst du da noch sagen ich hätt bis nächstes Jahr gewartet aber aber ich kann dazu nichts sagen weil ich bin auch so gerade so gierig ich hab mir ein Indoor Gewächssystem angeschafft weil ich nicht warten will bis Sommer bis meine Chilis wachsen aber das ist ja auch geht jahre schau hier ich wollte nur den Töpfe holen ich hab selber Bäume geholt ich hab selber Bäume geholt ich hab selber Bäume geholt ein japanischen Spindelstrauch kaum kaum Gott hast du da was zu tun? und eine Arizona Zypresse. Ja, ich formel extrem wichtig Stand für den Herr Kulak. Ich kann nichts anderes machen. Ich hab keine Reparaturkits mehr. Brauchst du welche? Oh ja. Ja. Das ist eigentlich warum ich für dich Sand ab. Du müsstest von mir kommen. Wie hast du denn? Sand? 4000? Ja, dann reicht das mal. Okay. Ich müsste hier vielleicht einen Zaun rumbauen, dass man da nicht rum in den drin fährt. Ja. Die Eisengelerstäbe, die laufen lieber drum rum, als das kaputt zu machen. Wenn da ein Weg ist. Ich meine, dass wir mal nicht mit dem Roller da rein fahren oder so. Ich baue einfach hier mit... das stört ein Stein. Scheiße, schäbig, dass wir nicht mit dem Roller rein fahren. Aber auch nicht, dass wir nicht mit der Shopper rein fahren. Wir haben keine. Ja, eben. Schäbig. Das hat mein Problem. Du bist doch hier nämlich ja Annika. Ja, ich finde diese scheiß CO2 Kacke nicht. Du müsstest mal zum Händler gehen. Die resetten immer zum Buchmund. Und du verkommst das nicht. Alles abgeklappert. Weil die Harley kann es ja auch bauen. Dann such doch mehrere Händler ab. Dann suchst du neue Händler. Fahr mal in eine andere Stadt oder so. Warfting Station abgewählten, aber ich finde dieses eine Material nicht. Kann er craften? Ja, aber wo? Was brauchst du denn? Ressource CO2 Kanister. Ich guck mal. Ich guck mal. Level 2. War der Alchemie-Station? Oder? Ist das so ein blauer? Nee, ein weißer... Weiße Flasche. Und da, was bin ich denn das? Wie? wenn ich jetzt einfach reingehe in meinen aufmacher muss ich dann eingebungen dazu bin so co2 kann ist so alles zusammengeschrieben bis nix ja auch nix gefunden der mod hat keine wiki ne ich weiß aber einfach zu blöde oder wo sehe ich denn das in der haupt crafting station oh warte unter welchem reiter war das ich komme rohstoffe grüne ding avi es nervt ich höre das auch ja ich habe gedacht die beschweren sich nicht schon würde eine matschbirne ich habe keinen bock mehr warum werden die alle scheiße mein letztes dna dingens knotenteil ich hoffe das wird ein champion ist doch ja auch nicht wo ich da war ja kloning technik auszusetzen haben sprot füllen enten schnall im ort horizontal statt rund woche so anstecken ich mache das wo ist mein schaffs handy schloss ich habe ein schlauch ich krieg noch ein bieferdron ja ja im 240 ich halte aus den hirn drinnen ist er 25 20 human dna Ich kann nur einen bauen, ich will wieder Fleisch, mir hat's egal. Wollt sie also wieder jagen gehen? Wollt ihr abwärts und mich hier nicht kennen? Wollt ihr abwärts? Wollt ihr abwärts? Wollt ihr abwärts? Bis zum nächsten Mal werdet ihr abwärts! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und die trotzdem noch jaulen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Stress, Huhn Untertitelung des ZDF, 2020 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 Fixer. Hühnchen bringen auf Wildbrät. Vielleicht mal Hühnchen. Aber das Grundspiel kennt nur eine Fleischart. Naja. Aber dann wird sich das hier lohnt Hühn anzubauen. Hast du schon mal Zeit? Ich bin am Marsch der Welt. Ich weiß. Ich bin am Marsch der Welt. 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 Die Häschen. 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 Gott sei Dank, das war der One. Oh, das ist ein krasser Typ, der hat aber die M60. Ich glaube bald fliegen ja die Fetzen. Aber gewaltig. Guck ich mal jetzt wegen dem Hühnchen. Guck ich mal. Guck. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ach so, du wolltest ja Hilfe haben, dann buddeln, oder? Ich hoffe, es gab Blut. Die, die Wandel. Was ist denn, Macbuddeln? Die Erde da? Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Stein, um eine Steinschaufel zu reparieren. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hab ja eine Fünfer, aber die ist kaputt. Das war's für heute. 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 Wenn du was erntest? Wenn du die Pflanzen mit ner Sendung erntest Achso Macht ja auch Sinn, sonst musst du sie da in dieser Farming... ...kräften können Wie sieht der denn? Da? Im Funnel doch Da können wir gar nicht in die Waffe bleiben Der ist weg Shit Nö Achso Ich hab außerdem mit nem Clownhammer... Das bitte Eine kleine Schade gemachte Aber die kann ich ganz leicht reparieren Seven days will nicht mehr Was ist denn da los? Kaputt Wieso? Abgeschmiert Das ist doch bestimmt bloß ein RAM Mach zum PC Neustart Ne Ich spenden Ich geh jetzt ebenden Awww 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 Du musst doch kein Pilgrit mehr Für ne Wutern belassen Ich hab alles raus und dann brauchst du das? Geht Ich wollte eigentlich kochen, aber... Ne, dann muss ich Hühnchen... Ich bin ja dabei Naja, nicht nur... Wenn du mal Zeit hast Kannst du auch mal Wasser holen Ich brauch ganz ganz viel Wasser Oh, jetzt ist Thieliges, äh... Mechano-Metalllieferung weg Im Lagerfeuer sein 2-300 Deine mechanischen Teile? Bei wem Inventar? Owww 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 Was ist schlecht? Lass du mal auf, du... Äh... Wann ja und? Da geht doch die Nacht los Ja bei dir, na klar Mhm Ach, dann muss ich morgen meine Hühnchen züchten Mhm Ich guck jetzt nur noch, was der Knecht hier für inner wird und dann... Meid auch aus Ja genau Ich geh pennen Jo, gute Nacht Haut rein Gutschoo 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 A Rotterbauen Ein Zaun Also dieser... diese Gitterstäbe Ach so so ein Käfig quasi Aber willst du einen Käfig bauen? Boah, was sind das für Bäume? Guck dir mal die Kirschbäume an, das sind doch keine Kirschbäume. Großer Kirschbaum. Monsterbäume, Mammutbäume sind das. Weißt du, wenn die Bäume einheitlich groß wären, so halbwegs, so wie hinten die Apfelbäume oder so. Aber dieses Mal sind sie riesengroß. Okay, was kommt die auf die Pflanze? Keine ein. Oh, die orangenen Früchte da sehen geil aus. Mango ist das die? Ne, das ist was anderes. Die Palme da. Ne, ein bisschen Kokosnusser. Achso, sieht von dir so orange aus. Ja, ich weiß. Farben und so, das ist manchmal echt komisch. Also, oder wie die aussehen. Das hier, die Mango, ich finde das sieht aus wie Oliven. Und stolz als Oliven werden. Ach, ich paradies nicht aus jetzt mit dem Garten. Ich bin mal gespannt, wenn die jetzt alle gewachsen sind. Oh. Können wir auch mal angucken Warte, ich warte noch, der ist gleich fertig, der Klon. Willst du jetzt ins Bett gehen, oder was? Ja, das war mit dem, aber ich glaube nicht, dass ich so großartig an der Suche oder so. Ich gehe eh erst mal zu essen, wenn er dann durchstellt. Nun wachse und gedeihe, Klon. Ist eigentlich nur ein Schraubenschlüssel, ich könnte ja so auch mal Autos abbauen. Dup, 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 dup. Dup, dup, dup. Dup, dup. Komische Kirschen, die nicht rot sind, wo ist die Kirschen? Na ja, das ist ein Mord. Na ja, das ist ein Mord. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, dann sind wir, ich hau mich auch hin. Gut, noch den Schlag. Bin ich jetzt alleine? So, jetzt schauen wir mal. Der Klon ist jetzt fertig. Und er ist Müll, natürlich ist der jetzt Matsch. Extra wach geblieben. Ach man, Arschlecken. Brennender Schaft, Mod, Bauplan. Achso, ich lerne es mal. Grundlagen der Elektronik. Ja, ich lerne es mal. Ja, ich lerne es mal. Jetzt kann ich Generatoren bauen. Okay. Das geht doch. Kann ich ja morgen wirklich mal Strom herstellen. Soll hier auch, glaube ich, Windkrafträder geben. Jetzt denke ich mal die Tür offen hier. Na denn. Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bei Angriff der Klonkrieger. Dann. Ja. ... ... ... ...